Die vielen Schiffswracks entlang der Küste sind euch ja vermutlich schon aufgefallen. Das große Meer ist überaus tückisch. Die Küste von Westphal muss freigehalten werden, damit die Seeleute sicher sind, wenn sie unser Ufer erreichen. Aber die Molochs sind ein Problem. Tötet Gezeitenjäger und Orakel. Dann sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. ... ... ... Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.